Nachdenkseiten. Die kritische Website. Verkehrte Welt. Der als Wirtschaftsminister gescheiterte Habeck wird Spitzenkandidat. Ein Artikel von Albrecht Müller. Und nicht nur das. Die parlamentarische Staatssekretärin in diesem Wirtschaftsministerium, Franziska Brandner, wird Vorsitzende der Grünen. Unsere Volkswirtschaft stagniert und steigt ab. Der zuständige Minister und seine parlamentarische Staatssekretärin steigen auf. Verkehrte Welt. Im Folgenden finden Sie zunächst Daten zur Entwicklung unserer Volkswirtschaft und des Außenhandels mit Russland. Dann folgen Stimmen zu dieser Entwicklung und kommentierende Anmerkungen. Teil A. Einige einschlägige Daten zur Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft und des Außenhandels mit Russland. Römisch 1. Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes laut Statistischem Bundesamt. Gemeinschaftsdiagnose BIP-Prognose bis 2026. Veröffentlicht am 27. September 2024 von J. Rutnika. Laut Prognose der führenden Wirtschaftsinstitute, also Gemeinschaftsdiagnose, soll das BIP im Jahr 2024 um 0,1 Prozent schrumpfen. Damit befände sich Deutschland in einer leichten Rezession. Für die beiden folgenden Jahre erwarten die Wirtschaftsinstitute eine schwache Erholung mit Wachstumsraten von 0,8 Prozent im Jahr 2025 und 1,3 Prozent im Jahr 2026. Römisch 2. Entwicklung der Exporte nach Russland. Eine einschlägige Meldung des Statistischen Bundesamtes. Exporte nach Russland im Jahr 2022 um 45,2 Prozent niedriger als im Vorjahr. Wiesbaden. Der russische Angriff auf die Ukraine und die gegen Russland getroffenen Sanktionen haben sich im Jahr 2022 deutlich auf den deutschen Außenhandel ausgewirkt. Wie das Statistische Bundesamt des Staates mitteilt, sanken die deutschen Warenexporte nach Russland gegenüber 2021 um 45,2 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro. In der Rangfolge der wichtigsten Abnehmerstaaten deutscher Exporte fiel Russland im Vorjahresvergleich von Rang 15 auf Rang 23. Bis in die zweite Jahreshälfte war Russland noch ein wichtiger Energielieferant für Deutschland. Aufgrund der infolge des Krieges in der Ukraine stark gestiegenen Preise für die Einfuhr von Energie stiegen die deutschen Importe aus Russland im Jahr 2022 wertmäßig noch um 6,5 Prozent auf 35,3 Milliarden Euro. Die aus Russland importierte Warenmenge ging allerdings um 41,5 Prozent zurück. In der Rangfolge der wichtigsten Warenlieferanten fiel Russland dadurch von Rang 12 auf Rang 14. Ausgebliebene Energieimporte aus Russland wurden zum Teil durch Lieferungen aus anderen osteuropäischen Staaten ausgeglichen, insbesondere aus Kasachstan. Aufgrund der hohen Preise für Energieimporte und der niedrigeren Warenexporte infolge der Sanktionen verzeichnete der deutsche Außenhandel mit Russland den höchsten Importüberschuss im Handel mit Russland seit 1992, dem Jahr der Gründung der Russischen Föderation. Der Außenhandelssaldo mit Russland lag im Jahr 2022 bei minus 20,7 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 hatte der Saldo aus Exporten und Importen noch bei minus 6,5 Milliarden Euro gelegen. Römisch 3 – Entwicklung der Energiepreise Pressemitteilung Nummer N016 vom 29. März 2022 des Statistischen Bundesamtes Energiepreise – hohe Steigerungen auf allen Wirtschaftsstufen Energiepreise im Februar 2022 gegenüber Vorjahresmonat – plus 129,5 Prozent für importierte Energie – plus 68,0 Prozent für im Inland erzeugte Energie – plus 22,5 Prozent für Energie für Privathaushalte. Besonders starke Preissteigerungen für Erdgas auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen Erdgas- und Erdölimporte aus Russland im Jahr 2022 – plus 54,2 Prozent gegenüber Vorjahresmonat. Und Erdgas – wichtigster Energieträger für Industrie in Deutschland. Teil B Hier ein paar Meldungen zu Problemen. Meldungen, die allgemein zugänglich sind, auch für den Bundeswirtschaftsminister und die parlamentarische Staatssekretärin Brandner. Bei der Auswahl von Meldungen über die Folgen des Niedergangs des Außenhandels mit Russland konzentrierte ich mich auf unsere Region, die Heimat der Nachdenkseiten. In anderen Teilen Deutschlands hat es ähnliche Meldungen gegeben, außerdem folgen Informationen zu den Wirkungen in Russland. Römisch 1 Deutlich weniger Trucks verkauft Beim SWR ist am 1. August 2024 um 12.53 Uhr Folgendes zu lesen. LKW-Hersteller Daimler in Wörth führt ab September Kurzarbeit ein. Der weltweit größte LKW-Hersteller Daimler Truck mit Hauptsitz in Wörth muss sparen. Der Grund schwächelnde Absatzmärkte und sinkende Umsätze, vor allem in Asien und Europa. Zwischen April und Juni hat Daimler Truck rund 221.000 LKW verkauft. 14 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2023. So der Standortverantwortliche im Mercedes-Benz-Werk Wörth in Kreis Germersheim Andreas Bachhofer. Und weiter. Von einem hohen Niveau kommend haben sich wichtige LKW-Absatzmärkte normalisiert. Entsprechend verzeichnen wir eine geringere Auslastung in der Produktion. Die Konsequenz für die Beschäftigten in Wörth. Kurzarbeit. Schon jetzt werde die Urlaubszeit dafür genutzt, die Produktion zu drosseln. Ab dem 1. September werde Daimler dann für mehrere Bereiche des Mercedes-Benz-Werkes in Wörth Kurzarbeit anmelden, so Standortchef Bachhofer. Die Kurzarbeit solle je nach Auftragslage flexibel genutzt werden. Geplant ist, dass voraussichtlich rund die Hälfte der rund 12.000 Beschäftigten für einige Tage in Kurzarbeit geht. Nach Unternehmensangaben erhalten diese Beschäftigten ein sogenanntes Kurzarbeitergeld, das durch eine Versicherung gedeckt werde, in die jeweils zur Hälfte Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzahlen. Daimler-Wörth weitere Einsparungen, aber keine Entlassungen. Daimler-Truck-Chef Martin Daum erklärte, der Konzern stehe vor schwierigen Entscheidungen. Zunächst sei auch ein Einstellungsstopp geplant, aber es seien weitere Sparmaßnahmen notwendig. Welche das sind, blieb unklar. Entlassungen schloss Daum jedoch aus. Gesamtbetriebsratschef Michael Precht sagte dem SWR, man habe gute Regelungen bei dem Unternehmen vereinbart. Wichtig sei, dass der Hersteller diese Phase gut überstehe und bei anziehender Nachfrage wieder Gas geben könne. LKW-Absatz in Asien und Europa eingebrochen. Zwischen April und Juni war der Absatz in Europa um 22 Prozent eingebrochen. In Asien ging er um etwa 30 Prozent zurück. Römisch 2 Bei den badischen neuesten Nachrichten ist Folgendes zu lesen. Sorgen um die Automobilwirtschaft. So wirkt sich die Krise in Raststadt, Gaggenau und Wörth aus. Standorte mit großen Werken von Daimler-Truck oder Mercedes-Benz konnten zuletzt nicht über Mindereinnahmen klagen. Doch jetzt hat der Wind rasant gedreht. Römisch 3 Tagesschau vom 24. Am 12. Oktober 2023 ist auf der Seite des Europäischen Rates konsilium.europa.eu Folgendes zu lesen. Seit Russlands grundloser und ungerechtfertigter Invasion in die Ukraine im Februar 2022 hat der Rat zehn Sanktionspakete gegen Russland und Belarus angenommen. Die Sanktionen zielen darauf ab, Russlands Fähigkeit zur Finanzierung des Krieges zu schwächen. Sie richten sich insbesondere gegen die politische, militärische und wirtschaftliche Elite, die für die Invasion verantwortlich ist. Die restriktiven Maßnahmen richten sich nicht gegen die russische Gesellschaft. Aus diesem Grund sind Bereiche wie Lebensmittel, Landwirtschaft, Gesundheit und Arzneimittel von den verhängten restriktiven Maßnahmen ausgenommen. An dieser Stelle sind im Schrifttext Hintergrundinformationen verlinkt, die die restriktiven Maßnahmen der EU gegen Russland aufgrund der Krise in der Ukraine beinhalten. Wirtschaftsindikatoren zeigen, dass die in Europa und anderswo gegen Russland verhängten restriktiven Maßnahmen Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben. Die russische Wirtschaft schrumpft. Teil C. Kommentierende Anmerkungen zur Entwicklung Es ist ja kein Geheimnis, dass die Schwierigkeiten unserer Volkswirtschaft auch etwas damit zu tun haben, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland willentlich heruntergefahren worden ist. Der Westen hat mit Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland Sanktionen erlassen. Da ist es wahrlich nicht verwunderlich, dass der Export nach Russland zusammenbricht. Außerdem sind die von vielen deutschen Unternehmen in Russland getätigten Investitionen entwertet worden. Allein das schon eigentlich ein unerträglicher Vorgang. Und all das hat die Bundesregierung und die Leitung des Bundeswirtschaftsministeriums sehenden Auges hingenommen. Oder haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, irgendetwas davon gehört, dass der für die Wirtschaftsentwicklung Hauptverantwortliche Robert Habeck dagegen protestiert hätte? Haben Sie irgendetwas von Franziska Brandners Widerstand gegen diese Fehlentscheidung gehört? Nichts. Jetzt hören wir, dass beide für ihr Versagen belohnt werden. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.